Karl Wilhelm Ferdinand von Funk war ein sächsischer Generalleutnant und Generaladjutant des sächsischen Königs Friedrich August. Bekannt wurde er durch seine Erinnerungen einer eindrucksvollen Schilderung der Ereignisse in Sachsen während der Napoleonischen Kriege. Leben Karl Wilhelm Ferdinand von Funk war der Sohn des Landkommissars und späteren Hof- und Kommissionsrates Karl August Funke. Die Familie stammte aus Schweden und war erst im 17. Jahrhundert im Fürstentum Braunschweig-Wolfenbüttel ansässig geworden. Die Brüder väterlicherseits waren kursächsische Beamte, einer als Landkammerrat und ein weiterer als Geheimratgesandte am russischen Hof. Sie wurden 1728 bzw. 1742 geadelt. Karl August Funke wurde am 9. Juli 1763 ebenfalls in den sächsischen Adelsstand erhoben und war Herr auf Groitz und Teuchern. Am 21. März 1780 mit 19 Jahren trat Ferdinand von Funk als Sußleutnant in das sächsische Regiment Garde du Korps ein. Er nannte sich Funk vermutlich an eine alte Namensform anknüpfend. In dieser Schreibweise wurde er in sämtlichen amtlichen Schreiben und Listen geführt. Bereits am 25. August 1784 wird Funk zum Premierleutnant befördert. Aber schon 1787 nahm er seinen Abschied und schrieb sich an der Universität Göttingen ein. Er widmete sich historischen Studien und begann seine erste große Arbeit, eine Geschichte über den Kaiser Friedrich II. Bereits 1791 auf Veranlassung des Kavallerie-Generals Graf Bellegarde trat Funk als Rittmeister in das neu aufgestellte Husarenregiment. Das spätere Zweite Sächsische Husarenregiment Nummer 1 und nahm von 1794 bis 1796 am Ersten Koalitionskrieg teil. 1804 zum Major und 1805 zum Generaladjutanten des Generals der Kavallerie von C. Schwitz befördert. Blieb er in dieser Stellung während des Herbstfeldzuges 1806. In den Kämpfen gegen Napoleon Bonaparte wurde Funk verwundet und gefangen genommen. Von Napoleon wurde er nach Dresden an den Sächsischen Hof mit der Aufforderung an den Kurfürsten entsandt, die Stadt nicht zu verlassen. Funk überredete Friedrich August zum Bleiben und zu einer Verständigung mit Napoleon. Von seinem bestimmten Auftreten stark beeindruckt ernannte der Kurfürst Funk am 27. Oktober 1806 zu seinem Flügeladjutanten. Zwei Monate später zum Oberstleutnant und schließlich am 7. Februar 1807 zum Obersten und Generaladjutanten. Er wurde ein enger Vertrauter von Friedrich August, den Napoleon zum König von Sachsen erhob. Durch seine Position am Hof kam er mit den Generälen und Diplomaten des kaiserlichen Hauptquartiers und mit Napoleon selbst in Verkehr. Am 6. April 1809 beförderte ihn der König zum Generalmajor und Generalinspektor der Kavallerie. Am Feldzug von 1809 konnte er nicht teilnehmen, da der König nicht auf ihn verzichten wollte. Nach dem Ende der Kämpfe sandte ihn Friedrich August nach Schönbrunn, um über sächsische Gebietserweiterungen in Böhmen zu verhandeln, die jedoch ergebnislos verliefen. Beim Neuaufbau des sächsischen Heeres beteiligte sich Funk aktiv und wurde für seine Verdienste am 20. Februar 1810 zum Generalleutnant und Kommandeur der 1. Kavalleriebrigade ernannt. Als Befehlshaber der 1. Kavallerie-Division, die einundzwanzigste der Großen Armee, nahm er 1812 am Krieg gegen Russland teil. Nach dem Tod von General Gutsch mit am 7. Juni 1812 übernahm Funk die Führung seiner Division, der zweite sächsischen bzw. die zweiundzwanzigste der Großen Armee. Mit ihr kämpfte er unter dem Oberbefehl von General Renier, wurde aber schon bald wegen Unstimmigkeiten abberufen. Nach Sachsen zurückgekehrt, musste er die Flucht des Königs nach Plauen, Regensburg und Prag und die erzwungene Rückkehr nach Dresden miterleben. Nach der Völkerschlacht bei Leipzig und den Übergang der sächsischen Truppen zu den Alliierten, übernahm General Thielmann den Oberbefehl über die Sachsen. Funk fand keine Verwendung, wurde aber trotzdem vom russischen Generalgovernment wegen Dienstverweigerung am 1. Januar 1814 entlassen. Der König nahm die Entlassung bei seiner Rückkehr wieder zurück und sandte Funk ins Hauptquartier zu Wellington. 1816 reiste er in diplomatischer Mission nach London. Nach seinem Abschied beschäftigte sich Funk mit geschichtlichen Studien und wurde zum Ehrendoktor der Universität Marburg ernannt. Am 7. August 1828 starb er, 66-jährig, in Wurzen. Aus seiner Ehe mit der bereits 1797 verstorbenen Luise Elisabeth von Unruh waren drei Söhne und zwei Töchter hervorgegangen. Alle Söhne starben noch vor ihrem Vater. Nur die mit dem geheimen Legationsrat Freiherrin Ernst von Blümener verheiratete Tochter Luise Auguste überlebte ihn. Bereits 1792 wurde seine Geschichte Kaiser Friedrichs II. veröffentlicht. 1820 bis 1824 erschien in vier Teilen das Gemälde aus dem Zeitalter der Kreuzzüge. Dann 1829 seine Schrift zu dem von ihm selbst miterlebten Feldzug von 1812 Erinnerungen aus dem Feldzuge des Sächsischen Chor unter dem General Grafen Renier, Dresden und Leipzig 1829. In Wurzen schrieb er seine Erinnerungen, nicht in chronologischer Form, sondern in einzelnen Aufsätzen. Er gab ihnen unter anderem Titel wie Charaktere, Sachsen als Königreich und so weiter. Sie gelangten aus dem Nachlass seines Neffen, des Generalleutnants von Witzleben, an König Albert, der sie 1877 dem Hauptstaatsarchiv übergab. Drei Foliobände wurden aber zurückbehalten und kamen erst 1902 in das Staatsarchiv.